herzlich willkommen zu einem neuen let's play vom landwirtschaftssimulator 2013 ich bin immer noch der florian wir befinden uns heute auf der map westbridge hills vom titanium addon und hier neben mir holt gerade tricks oder versucht hat zumindest ach mensch jetzt ja ganz einfach fahrstufe 4 einlegen dann geht es auch und das versuche ich doch die ganze zeit deswegen bleibe ich auch stehen also man hört den tricks im hintergrund schon und smirnoff ist auch noch da servus ja wollen smirnoff guck mal du holst schon den den alten oldschool träger hinten raus und willst grubbern ja der ist reilig wie bei mr bean ist ein auto da in drei rädern nur stimmt ja mr bean ist aber auch kult also ich habe ein bisschen oh ja also das ist echt cool aus dieser track der ist echt uns gut der hat nicht mal der ist nicht mal hier nicht mal blinklicht oben drauf hier alles nicht knackt hat man früher nicht gebraucht stimmt genau früher war alles besser genau so hier mit meinen mit meinem schönen mähdrescher von 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 fahr da vorne du spaß die sag ich dazu immer ja 6 47 zumindest hier auf der karte ja 6 47 in westbridge hills naja ja und wenn natürlich auch kein geld das ist ja auch klar und wenn wir nicht an schuld nee das stimmt das stimmt diesmal bin ich ja hier habe ich ja spiel gehostet und witzigerweise ist mir noch auf dem kleinen alten trecker immer noch schneller als wir verdächtigt ja der holt uns auch auf ja das ja das wird er also wenn man sich das feld hier mal anguckt ist es halt riesig das feld also aber anfangen wo jetzt wird langsam ich weiß mal so frech und hat man helfer eingestellt weil da da rutscht man ja mehr das ist eine schöne rutschpartie hallo hallo der helfer will uns kaputt fahren der der ignoriert uns nämlich einfach jetzt bleibt bestehen jetzt fährt er weiter der sucht den den richtigen richtig war das coole bleibt einfach steht das ist sehr genial was bleibt stehen der helfer ja der hat jetzt gewartet bis wir vorbei sind und ist dann weitergefahren ja das das problem bei den helfern ist nämlich auch dass die ganz gerne mal sich in bäumen festfahren ja das habe ich mal alleine versucht als ich alleine gespielt ja ja wirklich so es gibt es gibt aber einen echt guten mod der der wirklich extrem hilfreich ja du bist zurückgefallen ja irgendwie kann ich nicht mehr fahren ich weiß nicht mehr wieso benzin leer hast vergessen aufzutanken ich habe noch 118 aber jetzt geht es vielleicht keine ahnung warum ich habe bekommen extremen leck das kann gar nicht sein doch ist wirklich so ja dann vielleicht an meinen bei mir läuft alles normal ich habe keine leckte das ist gut er die die ich da habe ich glaube die entfernung münchen hamburg ist vielleicht doch ein bisschen zu viel haben wir so sagen lassen jetzt geht es super hier kommt ja aus aus bayern sondern aus münchen nicht aus münchen aus bayern habe ich gerade münchen gesagt ja das kann münchen gesagt shame on me hat auf die rufe drücke ja einen neuen teil beim 15 hupen wunderbar geändert worden echt klingt das jetzt nach nach echten hupen klingt eigentlich mal kraftvoll nach ich glaube da hat eine autogupe war das aber hat zwingend auch nach dem auto angehört nicht so der gruppe ja das ist doch ganz gut immerhin etwas und was hat mir schon gesagt die dass die dynamische pipeline wird wahrscheinlich auch drin sein dynamische pipe also ja das heißt man muss dann wirklich den anhänger wirklich in position fahren das heißt wenn man die ganze zeit ist nur so wie hier einfach nach hinten rein lädt dann türmt sich hinten berg auf aber vorne ist nichts finde ich auch sehr gut das ganze nein worauf ich wohnt was worauf ich hinaus wollte mit denen mit den helfer geschichten ach ich muss die mission ausstellen entschuldigung moment jetzt musste jeder einholen pflanzenwachstum sehr schnell schnell ja jetzt muss ich wie soll ich denn einholen das ist dann gleich durch ja ich war bin schon wieder vom thema abgewichen helfer und zwar gab es ein mod oder gibt es einen mod der nennt sich helfer tools und diese helfer tools da kannst du mehrere helfer einstellen die dann alle das feld bearbeiten und das ist extrem praktisch ganz sagen wie viele helfer du hast maximal vier stück kannst du einstellen also pro pro feld und die ziehen ihre spuren oder ihre ihre also verhalten sich entsprechend das heißt dann nur jede vierte spur sozusagen bearbeitet vom helfer das ist extrem praktisch finde ich zumindest die haben wir bei ziel nicht drauf ok ja das hat sich ja nicht mal so schlecht hab mir die zunge verbrannt das sieht so an was denn was hast du gegessen an einem kalten ich bin noch am essen und zwar ich esse gehirn gehirn wie gehirn also das ist so klöße mit hackfleisch erbsen möhren in der sahnesauce klingt aber eigentlich ganz dicker schmeckt gut sieht aber aus wie hirn ja jetzt habe ich voll ja kaum spricht es mir noch vom essen schon hat man hunger wenn ich an Smurf denke muss ich eigentlich immer an Wodka denken ich habe ja nichts mit Wodka zu tun zumindest mein Name hat nichts mit Wodka zu tun sondern der Wodka wird ja mit S geschrieben ich werde mit Z geschrieben das kommt von einer Bandgruppe kommt das ah ok gab es damals sogar vor dem Schnaps noch verstehe wow und was für Musik haben die gemacht keine Ahnung achso ich habe die Bandgruppe niemals gehört das ist einfach nur eine Erinnerung an meinen Bruder an meinen ältesten der hat mir nämlich damals ein Poster von der Bandgruppe zu mir noch gehört die er persönlich signiert bekommen hat das Poster ok und danach habe ich mich halt benannt ja klingt sinnvoll wir verlieren übrigens jede Menge Geld ne wenn es weiter nichts wenn es weiter nichts ist ne ja ich sag schon gut ich fahr ja schon über ich wollte grad sagen hier ja nur überdrücken ja das ich hab einen Mähdrescher ne ja wobei ich glaub du hast ein bisschen mehr Power als ich ich glaub äh du kannst würde ich jetzt gar nicht mal so sagen ne ich glaub nicht weil ich einen Mähdrescher hat ja mehr zu verarbeiten als ein Bullock Traktor fährt einfach nur ja du hast mehr Zugkraft als ich ja das schon ich muss hier ein bisschen mehr nach links ich hab hier irgendwie halb besoffen das fällt hier glaub ich äh die Nacht gestern war auch hart wir haben gestern hier noch in Westbrook Chills noch gefeiert aber es sieht sehr schön aus also ich finde so im Sonnenaufgang da hinten äh hat schon was ja beim LS15 ähm ist ja eine Map die ähm nach skandinavischem Vorbild geformt wurde ja da bin ich mal gespannt drauf ja ich auch oh oh wieso oh oh wird ja fast hinten reingefahren ach so ja aber jetzt ist nix weiter sonst machen normalerweise eigentlich nur Frauen dass die aussehen wenn wir hinten reinfahren ins Auto oder reinfahren wollen sagen wir es so Gott ja das können Frauen besonders gut wobei ich will jetzt ja nicht hier frauenfeindlich wirken oder so aber was kennst du denn für Frauen ja fahr mal hier in Hamburg oder also bei uns fahren sie alle anständig ja ja bei uns auch ihr seid doch alle hier streng katholisch und so erzogen ich ne ich komm ja aus Hessen ja stimmt ja ja ich mein die Hessen haben ja die Göttersprache wo haben wir denn ah ja ich muss schon wieder gleich beten ne Moment das war eine andere Religion ja das ist diese das wir man kann ja auch Religionsswitching machen weil du kannst ja gucken welche ähm welche Religionen wann ihre Feiertage haben und dann switchst du einfach immer Pfff ich hab immer nur Feiertag das ganze Jahr über das ist natürlich nicht schlecht ich kann nicht auf Arbeit hier Feiertag ja ja stimmt wie ist denn das eigentlich wenn so so andere Religionen in deutschen Firmen kommen die dann an das Feiertag als die Deutschen? keine Ahnung das ist ne interessante Frage bin ich mir gar nicht so sicher bin ich mir auch nicht sicher aber ich glaube nicht dass Religion vor andere Bedürfnisse geht ja glaube ich allerdings auch nicht aber naja aber wenn du keinen Weihnachten feierst weil ich meine die Deutschen haben ja auch Feiertage haben dann müssten ja in der Ahnung die anderen ja auch Feiertage haben ich sag mal so auch an Feiertagen wird gearbeitet zumindest in Deutschland ja ja in der Ahnung dann auch also das öffentliche Leben muss ja aufrechterhalten werden also zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr oder auch Fernverkehr ja aber jetzt so in keine Ahnung in so Industriefirmen so keine Ahnung die Metall oder irgendwie sowas herstellen was weiß ich was ja da wirst du natürlich an Feiertagen nicht arbeiten und da wirst du auch wahrscheinlich wenn du einer anderen Religion zugehörst dann wird für dich da halt ein spezieller Feiertag auch sein ich meine dafür im Islam die werden zum Beispiel ja am Weihnachten werden die kein Weihnachten feiern ist ja klar die haben aber auch andere Feste dafür ja wobei dafür können dann die dafür dann wenn du zum Beispiel ähm oh sorry ähm dann hast du an Weihnachten trotzdem ähm also wenn die Firma sagt wir machen an Weihnachten zu und das muss ich zum Beispiel keinen Urlaub dann hast du frei also da hast du Zwangsurlaub so gesehen ja also zumindest zumindest am ersten und zweiten Weihnachtstag als Beispiel oder an äh Neujahr zum Beispiel ja ich meine da kriegst du wahrscheinlich einfach nur kein Geld dafür und dann wenn deine Tage sind also dein Weihnacht ähm dann wirst du dann da frei haben aber wie gesagt du kriegst dann an einem christlichen Weihnachtsraum kein Geld ne ne stimmt sorry meine Schuld ne alles gut ich bin ich hab ein bisschen falsch ähm gemäht hier beziehungsweise ein bisschen falsch gedrasht ja ich hab bloß grad aufgepasst weil ich geredet hab mit jemand anders hehehe das ist ja kein Problem Multitaskern ist ja eh nicht so das ist nicht unser ne vor allem nicht meins wir sind ja auch Männer ja wir sind Männer die Landwirtschaftssimulator 2013 spielen ne richtig und auch Spaß dabei haben muss man dazu auch nochmal sagen ja vielleicht sogar noch mehr Spaß als manch anderes Kind das könnte sein ja ne aber naja das soll's oh ich bin schon wieder ein bisschen mehr links links hey Vorsicht im echten Leben oder im wahren Leben hätte ich jetzt die Reifen aufgeschlitzt vermutlich ja das ist die ganze Traktorwäschung im im Arsch ne was machst du du eigentlich also das Feld gehört noch nicht uns ne ja und schau mal wie dein Feld ausschaut ey kannst du nicht mal anscheinend dreschen guck mal an wie weißt du es so stoppeln sag mal rassierst du dich auch so ja haha klare Antwort ja nein ja 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 ich hab ja vorhin das Foto rum äh das Foto geschickt achso du rassierst dich ja gar nicht stimmt ja ne ja ab und zu mal ein bisschen aber guck mal da steht ein Selbstmörder auf dem Feld an zu Weihnachten zu Weihnachten rassier ich mich ja oder wenn Kundentermine sind dann rassier ich mich auch Gutschein oder Gutschein? Gutschein zum Rassierendieck schenk ich meiner Schenk ich meiner Freundin immer sag ich hier hast du einen Gutschein den Rassierendieck da immer macht was macht denn das Männer Vorsicht wir haben auch hier Einheitskleidung an müssen wir dazu auch nochmal sagen ja hallo das ist Arbeitskleidung ja man sieht es hier ja schön die sind wir noch hier zwischen den Traktoren also wir sind alle drei alle drei mit den Mützen hier ja Mützen sind wichtig sonst könnten wir Sonnensticht bekommen bei Sonnenaufgang bei Sonnenaufgang Vorsicht oh ja ich komm mich mal hoch ich komm mich mal hoch ich komm mich mal hoch ups willst du mitgedrescht werden also jetzt bin ich vor dem Schneidwerk gefallen verdammt das Anhänger nicht gleich mal voll ja äh genau ungefähr so jetzt hier gleich ich geh mal schnell weg ja hast du schon die Abladestation gefunden ne ja 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 ach deswegen fällt mir die ganze Zeit gelb weil Smyn auf irgendwelche Helfer eingestellt hat hehehe ja der Lache ist geil ja bisschen dämonisch finde ich ja ja das hat jeder schon gesagt das ist mein allerliebstes herzhaftes Lachen einfach nur so ein bisschen böse klingt das finde ich irgendwie sehr traurig hehehe ja das ist ok das äh das darf auch böse klingen ich meine du musst mich mal erleben wenn ich leech auf letzten Spiele ganz schlimm ganz schlimm wenn ich LOL spiele ok wenn ich auch mal wieder spielen hab ich schon eigentlich nicht mehr gespielt ich hab's noch nie gespielt muss ich jetzt zu sagen ich bin aber relativ schlecht ich anfänge und kann's nicht ja Smynhoff würde uns die Tricks schon zeigen ja ich bin relativ gut vielleicht kann man dazu ja irgendwann nochmal ein Let's Play machen ok ja ich meine warum nicht alles was im Multiplayer geht äh machen wir ne oh da haben wir auch einiges zu tun ja alles alles worauf wir Bock haben und äh worauf vielleicht auch die Zuschauer Lust haben ja dann musst du dich schon richtig ausdrücken ja hab ich doch jetzt ja also wenn jetzt ein Zuschauer sagt ey spiel doch hier mal solitär im Multiplayer dann äh wuhuu yeah jeder der bekartet ja es gibt aber ohne Witz es gibt ähm solitär Let's Play hey Vorsicht BKW he hat er aber gebremst den hab ich gar nicht gesehen ja deswegen sag ich ja muss wenden der wollte die Milch abholen von unseren Kühen ich hab's schön gewendet ja ja auf dem halben Feld da hinten ja aber da kann man nix gut wenden das stimmt oh ups Mensch ich war ich hab zu viel Gas gegeben Sekunde kurz rückwärts geht mit dem LKW ja wollte ich schon sagen ja der Anhänger nicht so ähm wir könnten uns eigentlich auch einen Kredit aufnehmen würde man es zu teuer ja aber dann könnten wir uns einen großen Hänger kaufen und ähm müssen wir eh machen also einen großen Hänger kaufen ja um die ganzen Sachen wegzufahren ne richtig um den Weizen und so zu verkaufen richtig ähm jetzt mal da vorne meinen Bulldog mal schnell hin und dann muss ich mal ganz kurz weg ich brauch ungefähr 5 Minuten ja ist kein Problem packen aber kack in Frieden ne nein das nicht ja ja dauert länger ne äh bitte aber mach den Ton aus wenn du wenn du auf ominösen Seiten unterwegs bist ne okay bis gleich bis gleich äh Smilnoff ja dann müsste ich mir jetzt mal hier ein bisschen Geld organisieren ne ja ich ähm packe zum Händler hin achso bringe da ein Gerät weg und da ist auch gleich so ein Bankautomat ach sehr gut kannst du das denn kaufen äh nein aber müsste Venture einstellen aber dann kannst du immer noch schnell reinspringen stimmt ich kann es natürlich auch ähm einstellen dass das das Geld alle haben ja das kann man natürlich auch machen ja müsstest du nur sagen nur wie weil ich hab ja bisher noch kein Multiplayer Spiel äh gehostet ähm auf Taste U oder I ich glaub U war das U ja U separates Konto ja genau separates Konto neue Felder erstellen Fahrzeuge verkaufen Fahrzeuge verkaufen alles klar speichern so jetzt kann ich dir Geld überweisen ähm brauchst du eigentlich nicht achso ähm Finanzen einsehen ah ok ähm ich darf mir keine Kredit aufnehmen kannst du aber jetzt in den Traktor reinspringen da kannst du nochmal 50.000 aufnehmen weil wir haben ja schon einen Kredit von 150.000 ok so dann holen wir jetzt mehr Geld von der Bank bitte bedroh mich nicht mehr mit der Pistole ne ich hole schon Geld ich hab hier nur ein leckerer Hühner achso so hab ich gekauft also hab ich gekauft den Kredit genau soll ich das Geld überweisen oder hast du es schon? ähm ne das musst du überweisen ah ok ups ja das kommt davon wenn man sich so eine Farm kauft ne das mal gleich hoch verschuldet hier ja hat nur noch Stress mit der Bank die Helfer kosten ordentlich Geld ey alter steht da ey ich war ja mindestens hier 5 Euro Verlust pro Minute ich bin wieder da ja wie weh das ging ja schnell ja ich musste ja auch nur meinen Rucksack ausleeren achso so nennt man das heutzutage Rucksack ausleeren achja den Sack leermachen weißt du richtig genau nein ich musste wirklich meinen Rucksack ausleeren ja so weiß jemand wo eigentlich hier die Mühle ist? du meinst ne Mühle wo man Brötchen backen kann ähm eigentlich ne Mühle wo ich ein bisschen Raps wegbringen kann ähm du kannst die bei warte ganz kurz ich muss selber mal auf die Karte drauf gucken du kannst Sachen wegbringen oh warte mal das hat sich schon eigentlich erledigt weil wir haben ja nur Weizen drin im Lager sehe ich grad haben wir nur Weizen? haben wir die auch Gerste noch? nein ach wir haben auch schwer angefangen stimmt ja jetzt habe ich es auch gemerkt wenn du auf normal spielst die Map dann hast du ein bisschen mehr in den Silos drin da sind die anderen Silos auch noch was drin ja ich hab mal wo man Weizen am besten verkaufen kann so ein Güterbahnhof na dann gucken wir mal wo der Güterbahnhof ist ich glaube der ist äh unten warte mal beziehungsweise da hat die BGA ja wie viel Geld hast du da auf der Bank? ich hab jetzt minus 58 ich glaub dann versuch dir grad ständig das Geld zu überweisen aber es geht nicht wie viel hast du denn? ja ich hab ja 4104 ja wie ist jetzt mein Ding wieder hochklappt hier äh musst du auf L drücken? ja hab ich doch schon ok und dann musst du den Betrag äh anklicken und dann auch überweisen ja das hab ich auch schon ja das hab ich ja schon alles ok ja keine Ahnung aber das zieht bei mir grad eben ab also von dem Helfer bei dir auch? ja aber ich hab hallo vorsicht ja tschuldigung muss ich wieder reinsteigen hier rein springen ich hab meinen PDA offen gehabt hier so jetzt hab ich's zugemacht ey wieso ging das? ach der ist voll deswegen ja könntest du vielleicht einmal mit deinem Anhänger hier rumfahren? hat das jetzt geklappt? jetzt hab es geklappt ja ich hätte das eigentlich auch direkt zum Müller aufgeweisen können aber ok egal warum hab ich jetzt minus 2? wegen den Helfern ja die werden bei uns allen abgezogen wow deswegen ist eigentlich schon ja sinnvoll separates Konto auszuschalten weil sonst wie gesagt von allen abgezogen wird ich kanns auch wieder ausschalten jetzt aber wird das nicht von uns allen geteilt? hm also jeder muss die Helfer voll zahlen? ja was ist das denn für ne logik eh? ja soll ich sonst ein separates Konto wieder ausschalten? ja würde ich sagen erstmal wieder ausschalten hm gut her mit eurem Geld so weiter geht's hier ja ist auch in Ordnung kann ja jeder mal also keine Ahnung bestimmt der sowieso zusammen was man kauft und was nicht nein das bestimme ganz alleine ich nur ich alleine und niemand anders ganz rechts ist auf jeden Fall der Imbiss das hab ich schon mal jetzt grad festgestellt der Imbiss? ja oh ab zum Imbiss ich glaube der Güterbahnhof ist ganz unten ich fahr da jetzt mal hin ja das ist bei der oder das ist bei der Rinder zu ja ne doch nicht ich glaube es ist doch irgendwo anders oh hier ist Öl Öl? Öl? mhm ach hier stimmt das ist ein Ölbautom ne? ja das ist eine Ölbautome sind hier ja können wir leider nicht anzapfen ich? ne wir haben die falschen Fehler gekauft bei uns sind keine Ölvorkommen na verdammt verdammt wir haben falsch investiert wir haben das falsche Pferd gesetzt sieht so aus das könnt ihr hinten aus der Karte rausfahren hm der gab von deinen hohen Ross ja das mein hohes Ross hat ein Blicklicht du meinst auch ja stimmt dammit ey dauert ganz schön lange ey wir haben jetzt gerade irgendwie 5 oder 6 Spuren geschafft da haben wir jetzt schon 25 Minuten die wir hier aufgenommen haben ey ja wir brauchen unbedingt größere Sachen ja definitiv ja ich würd sagen darum kümmern wir uns im nächsten Let's Play da zeigen wir nochmal ein paar äh ein paar größere Maschinen hier auf der Map ne und werden wir ähm und solange werden wir das Feld noch ein bisschen abernten und neue Gerätschaften kaufen und äh allmöglichen Kram machen vielleicht pflanzen wir noch noch ein paar Bäume ne genau so viele wie das letzte Mal bei der anderen Karte ja stimmt wie hieß die wir ab gestern in den Tiroler Alpen oder so ne irgendwie Tirol Tirol in den Tiroler Bergen hieß die wo 6500 Bäume gepflanzt wurden ja 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 vorsichtig 7500 Bäume waren es sogar 7500 Jahre ich meine die Map hat auch prima funktioniert bei mir das war auch gar kein Lecker oder so auf Gottesfällen also alles ruckelfrei das war richtig flüssig ja ich dachte bei mir ging es wirklich ja du warst ja auch der Horst was Horst 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 Seehofer nein der Horst rennt der Horst rennt ja kennst du nicht kennst du nicht für Elemania nein oh kein W.O.W. gespielt oh je oh je nein Elemania war lustig ich frag ja immer ob W.O.W. eine Krankheit ist oder so aber die ist auch gerade eben gehört was denn das war mein Wasserglas hier achso der trinkt Wasser mit Goldfischen ne der trinkt Wasser mit Apfelgeschmack Apfelgeschmack ja Kuchengeschmack ich glaube dieses Wasser hat nie einen Apfel gesehen kennt ihr eigentlich diese ASDF-Movies? ja da kommt ja auch dieses Apfel ne Kuchengeschmack Kuchengeschmack gibt es einen Kuchengeschmack? ja wie ist denn der normale Kuchengeschmack? äh der schmeckt nach Kuchen achso ja aber es gibt schon Kuchen nicht nach Hühnchen? ne das gibt es bestimmt auch man kann bestimmt so Hühnchenfleischstückchen mit reinschneiden das schmeckt bestimmt auch nicht ich hab doch keiner ausprobiert Hühnchen ist ja der allgemeine Geschmacksidentifikator sag ich jetzt mal wenn du nicht weißt nach was es schmeckt, schmeckt es nach Hühnchen das stimmt ich hatte letztens Haifisch hab ich auch schon gehört das sollte ziemlich gut sein ja der war extrem lecker also ich muss dazu sagen bei uns gibt es hier also in Hamburg ähm gibt es ein ja bei uns hier im hohen Norden äh ist ein Asiate ähm der heißt oder der Laden heißt Mongolei ähm da gibt es halt auch eine Showküche also du hast halt ein Buffet ähm ich bin voll ja ich auch ja du darfst zwei erzählen ähm ein Buffet also quasi all you can eat da kannst du ja lustig dran bedienen und ähm die haben halt auch so Showküche äh also so live cooking und dann packst du ja die rohen Sachen auf den Teller rauf bringst du zu dem Typen hin zu dem Koch und der kocht es halt vor deinen Augen quasi das ganze und ähm ja die hatten die hatten Haifisch auch cool ich hab den ich hab einfach mal so ein Stückchen probiert es stand nicht drauf was für ein Hai es war es stand einfach nur drauf Haifisch und ähm ja es schmeckt sehr gut also die ähm es ist nicht so ein extremer Fischgeschmack ähm es ist sehr zart also kannst du mit der Gabel fast wie Butter durchgehen und ähm ja es ist natürlich die Frage ob es nötig ist dass wir uns von also dass wir Haifisch essen ähm ne haben jetzt schon so viele gesagt dass Haifisch total gut ist aber irgendwie keine Ahnung lassen wir doch einfach die Meereslebewesen im Meer und so weißt du schon ja weil ich mein die müssen ja auch leben und irgendwann verrotten ja diese ganzen Tiere also diese ganzen Tiere sterben ja irgendwann aus richtig wenn es so weiter geht das stimmt das find ich halt irgendwie auch nicht so richtig gut ne das ist es auch nicht naja sag mal so würdest du einfach mal eine Wildkuh essen ja eine richtige Wildkuh würdest ja würdest sagen das ist ein hammer harter Geschmacksunterschied das kannst du gar nicht beschreiben ich hab mal sowas gegessen von einer Wildkuh äh das Steak ok und das ist einfach nur das ist kein Vergleich mit den heutigen Kühen ups überhaupt nicht ist das ok ok weil schmeckt das schmeckt das schmeckt das dann werden ja schnell schnell Rinder dafür gezüchtet für die Schlachtung ja schon klar aber aber die werden ja auch vollgepumpt mit diesen ganzen Mitteln ja ja und die kriegen ja das ganze Antibiotika scheiße ja alles aber ähm ich möchte manchmal gar nicht wissen was man eigentlich isst in diesem Fleisch was da alles drin ist ja was meinst du warum es so viele warum es so viele ähm Erkrankungen generell gibt also auch gerade äh hochgefährliche Viren weil du halt äh weil du halt eine Resistenz gegen äh Viren entwickelst durch dieses Antibiotika das ist ja das Problem oh da hinten haben sich unsere beiden Helfer festgefahren warte mal ich kümmere mich mehr eben drum Sekunde ich hab's schon gemacht hast du schon? ja ok dann kann ich ja weitermachen hier ähm ne ich hab ich war letztens beim ähm bei uns hier auf dem auf dem Land beim Schlachter ähm also in der richtigen Schlachterei machen wir uns so ähm Show Schlachter also ist ein also da kannst du auch in den in den Schlachtraum reingucken also nicht wo die Tiere getötet werden sondern wo sie ausgenommen werden und ähm hab da ähm Rinderfilet gekauft und noch ein paar andere Sachen mit meiner Freundin zusammen und ganz ehrlich ich hab dieses Rindfleisch gegessen und ich hab noch nie so gutes Rindfleisch gegessen und man muss dazu sagen es war sogar noch günstiger als beim Discounter woher hast du den Hänger woher hast du den Hänger haben wir uns gekauft der stammte wo ähm beim Landhandel oh warte danke da vorne gibt's gleich Stress Institut Nen Ashley gibt mir den Hänger H Laute Hilfe Hilfe wird weggeschoben zu Recht dann halt nett mach ich halt mit dem Hänger weiter hast du denn die ja wenn du den Hänger auskippst kann ich dir den Blush geben ja warum nicht so einen großen Hänger für das kleine also ich ich komme ja kaum voran ich bräuchte eigentlich so ja also auf jeden Fall der erste Part ist das Ende wahrscheinlich gibt es die gleich Tote weil Trix immer noch den Hänger von Smirnoff möchte und ob Trix den Hänger bekommt das sehen wir dann im zweiten Teil ja genau ich muss erst mal an mir vorbeikommen ihr habt zwei gleichwertige Trecker so also bis zum nächsten Mal bis dann ciao